O7 meine Piloten und Pilotinnen, wir befinden uns hier natürlich wieder in No Man's Sky und in der letzten Episode hatte ich ja so groß getönt, ihr habt zumindest Tipps bekommen, das auf jeden Fall. Aber wir kamen noch nicht dazu, eine der lukrativen Einnahmequellen weiter zu betrachten und zu verfolgen. Das habe ich jetzt inzwischen schon gemacht, das heißt wir drehen das Ganze jetzt um. Ich werde jetzt zuallererst mal die Ernte einfahren und danach gehen wir uns direkt dann wieder auf den Planeten und sehen und lassen uns nicht weiter ablenken von den anderen schönen Dingen des Lebens, die No Man's Sky zu bieten hat. Und eine der lukrativen Eingenahmequellen sind halt eben mitunter diese Larven, die man von den summenden Eiern bekommt. Und ich habe da schon einige gefarmt, hatte auch eine Episode nochmal aufgenommen, die jetzt aber leider verhunzt. Deswegen zeige ich euch erst das Ergebnis und dann zeige ich euch, wie ihr da relativ schnell Unmengen an Larvenkernen farmen könnt, die pro Stück 95.000 Units geben. Und das hier sind jetzt gut, wenn wir es hochrechnen, 10, 950, 1000, 1,89, 1,9 Millionen. 1,9 Millionen. Das habe ich nur an einer Stelle gefarmt. Und da gab es noch ein paar mehr Eier, aber es wurde ein bisschen heikel und spät und ich dachte, ich werde jetzt erst mal hier hingehen. So, die verticken wir jetzt. Gucken, dass wir uns da die Kohle jetzt erst mal schön hier reinholen. Ah, schade. Der Marktwert ist 5,6 Prozent unter dem Schnitt. Macht nichts. Es sind halt 1,8 Millionen. Nehmen wir trotzdem. So. Und das Konto explodiert jetzt erst mal im Vergleich zu dem, was ich vorhatte. Vor 1,2 Millionen, jetzt habe ich 3,1 Millionen. Und wir hatten in der letzten Episode, hatte ich ja neben dem Basisbau und anderen schönen Dingen des Lebens, bin ich ja hin und habe ja dann gesagt, ich will ja noch einen Blitzwerfer bauen. Eben genau für diesen Zweck. Das habe ich auch getan. Den Blitzwerfer habe ich und den Blitzwerfer, den werdet ihr brauchen, um die Monstrositäten zu bekämpfen, die jedes Mal spawnen, wenn ihr eben dann diese summenden Eier aufmacht. Denn ihr könnt zwar mit dem Minlaser diese Monstrositäten bekämpfen, das ist aber in etwa so, als ob ihr versucht, mit einem Luftgewehr auf Rhinozerusse zu schießen. Wenn ihr genügend davon habt, an Munition vor allem, dann kann das funktionieren. Aber, ähm, naja, es wird halt nicht unbedingt schnell gehen. Und das ist bei den Monstrositäten eben auch so. Ihr werdet mit dem Minlaser ewig brauchen. Vor allem müsst ihr dann ständig dann halt eben auch gucken, dass ihr den Minlaser wieder aufladet. Ein Standardblitzwerfer reicht völlig aus. Der erledigt die relativ schnell. Nach ein paar Schüssen ploppen die weg. Und es sind dann immer fünf, sechs, sieben Stück. Und, ähm, das geht dann halt natürlich trotzdem nochmal ein gutes Stück schneller als mit dem Minlaser. Und, ähm, um den Blitzwerfer dann entsprechend mit Munition zu bestücken, er braucht ihr eben, äh, Verrittstaub. Und, ähm, das gibt es natürlich auch en masse. Kann man schnell erfarmen und hat dann massig, ähm, Munition. Also ihr könnt Projektiv-Munition herstellen aus diesem Verrittstaub. Und habt dann wirklich genügend Munition, um dann zum Beispiel ein, äh, Gebiet eben abzufarmen. Und, jo, wir fliegen jetzt auf Akkotschan Ateb. Sollte ich vielleicht mal umbenennen. Zumindest mal die Planeten jetzt in dem System, in dem ich hier auch eben unter meine Basis habe und alles. Aber ich bin ja echt immer zu bequem. So, wonach suchen wir? Genau nach sowas suchen wir. Wir suchen nach verlassenen Gebäuden. Das hier ist ein verlassenes Gebäude. Und bei verlassenen Gebäuden findet ihr fast immer summende Eier. Und, ähm, die gibt es dann da en masse. Die, ähm, sind um das Gebäude, äh, direkt um das Gebäude verstreut. Und, ähm, dann könnt ihr sie abfahren. Und das sind meistens wirklich sehr, sehr viele. Und, äh, die 20 Eier, die ich jetzt da, beziehungsweise die 20 Larven, die ich jetzt da gelootet hatte, das war eben aus einer Session, äh, um, um ein verlassenes Gebäude. Also das ist schon, äh, sehr hilfreich. Plus, ähm, was ihr tun könnt, das zeige ich euch jetzt auch gleich, ähm, denn ihr werdet ein bisschen unter Druck geraten. Ich hatte anfänglich, ähm, immer nur ein Ei geöffnet. Hab dann die Monstrositäten bekämpft, wieder ein Ei, äh, geöffnet. Das dauert natürlich. Ihr könnt, wenn ihr schnell seid, könnt ihr zwei Summen der Eier öffnen. Zwei Larven eben entsprechend jedes Mal, dann, äh, pro Versuch, ähm, farmen. Und, äh, habt dann die Möglichkeit, eben schneller viele Larven zu bekommen. Und das ist, äh, sogar tatsächlich das verlassen Gebäude, bei dem ich zuletzt war. Und ich hatte hier einfach, äh, den Speicherpunkt, äh, nicht genutzt und hab hier nicht kartiert. Deswegen, ähm, hatte ich das sowohl noch auf dem Radar. Am Squad, äh, Grassland, würde ich gerade sagen. Guck mal, ich glaube, es gibt, liegen hier noch ein paar Eier rum. Genau, hier habe ich einen Versuch gestartet, weil ich sehen wollte, was passiert denn, wenn ich mit dem Terrain-Manipulator, hier unten ist übrigens Wasser, äh, wenn ich mit dem Terrain-Manipulator hier drumherum quasi so einen Abgrund erschaffe und, äh, dann die Monstrositäten spawnen. Sie sind leider klug genug, sie schaffen es stellenweise raus, beziehungsweise die Eier, ähm, die kullern da stellenweise runter. Aber es ist nicht so, als ob ihr die einfach sicher farmen könnt. Das war halt einfach mal ein Test. Und, ähm, wir machen das jetzt trotzdem mal an dieser Stelle. Das heißt, wir haben hier sogar noch zwei Eier. Sind das zwei oder eins? Ja, das sind zwei. Also, es sind drei, aber zwei, äh, können wir auf einmal farmen. Das zeige ich euch jetzt, wie er das am besten macht. So, ein Bitzwerfer ist jetzt auf Max. Also Max Munition im, äh, quasi in petto. So, geht nicht hin und öffnet gleich eins und öffnet dann das zweite, sondern kratzt das hier an und zwar, dass es wirklich fast schon, ähm, komplett kaputt ist. Und jetzt nehmt ihr das zweite, zerstört es, zerstört gleich das erste. So, in der, in der Form und looted Dinge, so schnell wie ihr könnt. Genau, jetzt ist es schon zu spät. Das ist manchmal ein bisschen tricky. Und es kann sein, dass ich jetzt draufgehe, vielleicht auch nicht. Ist manchmal ein bisschen tricky, aber geht trotzdem, in der Regel geht es eigentlich ganz gut. Nur, ich hatte die andere Larve, hatte ich jetzt nicht schnell genug entdeckt. Das ist aber jetzt nicht weiter schlimm. In der Regel funktioniert das eigentlich ganz gut. Es ist nur manchmal ein bisschen schwierig, ähm, die Larve dann ins Target zu bekommen. Zum Looten, weil das immer nur, wenn man ganz präzise drausschaut, dann halt eben lootbar ist. Und dadurch, dass sie halt wegrollen und die Monstrositäten dann genau zwischen euch spawnen, ähm, ist das manchmal etwas fricklich. Aber es ist halt so wild. Wenn ich Glück habe, ist das Ei dann gleich noch da. Und wie man es hier sieht, also im Blitzwerfer gehen die relativ schnell down. Das Ding ist aber trotzdem, also pro Ei, dass ihr öffnet, auch wenn ihr zwei parallel öffnet, äh, werden eben, eben auch dann doppelt so viele Monstrositäten spawnen. Also es ist nicht so, dass ihr quasi dann das Glück habt und sagt, okay, ich habe zwei schnell genug geöffnet, dann spawnt nur, was weiß ich, eine Gruppe, sonst spawnt immer. Dann halt eben die Menge, die ich spawnen würde pro Ei. Das hat sich vergraben. Wenn ich Glück habe, sind die noch da. Die habe ich nicht. Macht nichts. Wir machen es jetzt einfach mal bei dem Ei hier. Wir machen es sogar noch einfacher. Wir nehmen schon die zwei, wenn wir Glück haben, kullern die da runter. Aber es ist ein guter Weg. Also hier war alles voll mit diesen summenden Eiern. Und das war eben genau das, was wir am Anfang gesehen hatten, was ich da verkauft hatte. So, auch die Platte kann ich gar nicht. Ist auch gut. Wird zwar angezeigt, aber sie ist quasi non existent. Okay, gucken wir mal, dass wir die da einfach runterpullern lassen, runterkullern lassen. Runterpullern könnten wir auch. Wäre eigentlich auch nicht schlecht, wenn man irgendwie strudern müsste. Irgendwie muss er ja auch mal sich erleichtern, aber gibt es nicht so viele Spiele, wo das unbedingt notwendig ist. Bei Duke Nukem konnte wir das, war ein Gimmick. Aber ja, das ist natürlich auch ewig her alles. Und jo, jetzt gucken wir mal, ob ich looten kann. Hier mal ein Larvenkern. Und ja, hier ist es tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Aber wir sehen jetzt, wir haben ein Problem. Ändert aber nichts. Also das war eben, in dieser einen Episode, in der unveröffentlichten Episode, war das mein Problem. Beziehungsweise war das auch mein Test. Ich wollte einfach sehen, funktioniert das. Jetzt suchen wir einfach weiter. In der Episode werden wir jetzt einfach weiter nach verlassenen Gebäuden suchen. Wie gesagt, ich habe da vorher genau an der Stelle, habe ich eben diese 20 Eier abgefarmt. Und wenn da natürlich viele da sind, in der Regel klappt das immer ganz gut, dass ihr eben gleich zwei Larven farmt. Und ja, wenn ihr aber mit viel Geduld gesegnet seid und oder euch das auch vielleicht ständweise ein bisschen zu heikel ist, wenn die Monstrositäten dann halt eben doppelt spawnen, weil ihr eben zwei summende Eier öffnet, dann macht ihr das halt einzeln. Geht auch. Und man hatte immer auch ein bisschen Zeit. Also man kann sich ein bisschen treffen lassen. Bei zwei summenden Eiern ist es halt ein Stück gefährlicher, weil ihr halt natürlich schon mal doppelt so viel Schaden eingefahren bekommt, weil es immer gleich pro Gruppe der Monstrositäten jeweils ein Monster gibt, das euch dann direkt angreift. Und das kann dann schon schnell zu einem Tod führen. Also bei einer Zweiergruppe ist es so, wenn die das zweite Mal euch angreifen, also zwei Stück euch zweimal angreifen, seid ihr eigentlich schon erledigt. Zumindest in meinem aktuellen Exo-Anzug-Zustand. So, das Ding hier wird mir gar nicht angezeigt. Das ist, aber ist ein verlassenes Gebäude. Das ist auch etwas, was komisch ist. Das habe ich selten, aber es kommt schon mal vor, dass so ein Gebäude gar nicht angezeigt wird, obwohl es da ist. So, die Markierung nehme ich jetzt mal weg. Aber hier haben wir jetzt auch wieder Eier en masse. Und verlassene Gebäude gibt es halt wirklich viele. Also ich würde mal gerne die Markierung wegnehmen. Wieder nicht, macht nichts. So. Ihr könnt natürlich hingehen und könntet da hochgehen, wobei das da oben ein bisschen komisch ist. Ich bekomme da stellenweise auch Schaden eingefahren. Also bei einem anderen verlassenen Gebäude war das auch so ein ähnliches Konstrukt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass da oben vielleicht irgendwie auch so eine Art Elektrizität herrscht. Oder ob mich die Monstrositäten da aus irgendeinem Grund treffen. Strange ist es, ihr könnt aber einfach auf euer Schiff. Also das Schiff, wenn ihr auf dem Schiff seid, auch wenn es nicht so groß ist, werdet ihr nicht getroffen. Die bleiben da komisch stecken, die haben keine Möglichkeit. Und dann könnt ihr sie gut bekämpfen. Genau, ein Nachteil ist genau das, dass Wächter kommen können. Und wenn ihr auf dem Schiff seid, dann sehen die euch auch. Und dann wird halt eben Alarm ausgelöst. Da ich jetzt die Eier abfahren will, werde ich sie nicht bekämpfen. Kann aber natürlich euch dann ein bisschen Zeit kosten. Eine Möglichkeit ist, eben nach einem anderen Flassengebäude zu suchen, wo keine Wächter sind. Wobei euch das halt auch wieder viel Zeit kosten kann. Oder aber ihr steigt in euer Schiff und fliegt ein bisschen weg. Aber so, dass die Wächter euch sehen, dann werden sie weggelockt. Und ihr habt dann in der Regel dann eigentlich wieder auch an der Stelle Ruhe. So. Warm löst sich auf. Guck mal, wo die Wächter sind und gucken wir mal, wo die Monstrositäten sind. Aber der Wächter ist jetzt da drin gefangen. Wenn es gut läuft, kriegt er nicht mit, dass wir hier die Dinger wegballern. Okay, verschwunden ist es hier. Kann aber sein, dass sie wieder spawnen. Das machen sie manchmal gerne. Machen eine auf Raketenwürmer und kommen dann doch wieder. Und wir kratzen wieder an. Aber wir haben jetzt schon drei Larven. In relativ kurzer Zeit. Und wenn es halt richtig gut läuft und keine Wächter da sind, dann habt ihr sehr schnell sehr viele Larven. Also, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt nur eine halbe Stunde Zeit zu spielen. Oder zumindest eine halbe Stunde Zeit zu spielen. Sucht euch schnell ein verlassenes Gebäude. Lasst mal 10 Minuten vergehen. Reicht trotzdem noch. In 20 Minuten macht die trotzdem noch. Also schafft ihr mindestens... Ich meine, ich gucke jetzt mal auf die Episode. Wir haben 13 Minuten läuft die Episode jetzt aktuell schon. Wir haben vieles davor gemacht. Also wir haben jetzt eben... Mit Widrigkeiten haben wir in 8 Minuten circa schon mal drei Larven gesammelt. Normalerweise läuft das ja doch ein bisschen glatter ab. So wie wir es jetzt auch gerade eben sehen. Das heißt, man kann nicht sagen, in 10 Minuten kriegt man, würde ich sagen, so zwischen 6 bis 10 Eier. Das heißt, fast eine Million. In 10 Minuten. Also... Und das finde ich schon sehr lukrativ. Jemand hat im Kommentar, in einem der Kommentare zu Norman Sky zum Beispiel auch eine Möglichkeit des Einkommens, also wie man sich Kohle verschaffen kann, genannt, dass man halt eben bei den Frachtern, dass man die halt eben ausraubt. Aber hat halt natürlich den Nachteil, dass ihr im Ansehen sinkt, je nachdem, wie ihm der Frachter gehört, welche Eierenrasse. Ist jetzt nicht so mein Fall, weil ich will ja mein Ansehen, ich will ein gutes Ansehen bei allen Eierenrassen haben. Aber es ist auch eine Möglichkeit. Aber ich weiß nicht, ob das so lukrativ ist, wie jetzt zum Beispiel eben die Larvenkerne. Auch wenn das mit den Larvenkernen natürlich halt gefährlich ist. Und ja, ihr könnt natürlich auch gucken, dass ihr das Schiff natürlich ein bisschen strategisch klüger noch hinstellt, noch näher ans Gebäude. Das geht in der Regel eigentlich ganz gut. Habe ich jetzt nicht gemacht, habe es verschwitzt, beziehungsweise man kann ja leider immer noch nicht den Landeanflug abbrechen. Es sei denn, irgendjemand hat herausgefunden, wie das geht. Ich dachte eigentlich mal, oder ich war der Meinung, dass das in irgendeinem Patch mal schon vor Urzeiten eigentlich implementiert worden ist, dass man den Landeanflug abbrechen kann. Habe aber ehrlich gesagt auch noch gar nicht danach gegoogelt, ob das jetzt mittlerweile auch so ist. Ich habe diverse Tastenkombinationen ausprobiert beim Landen und konnte aber nie erfolgreich den Landeanflug abbrechen. So, aber gucken wir mal. Also sechs Larvenkerne haben wir sogar schon. Sechs. Das sind 475.000, 95.000, 570.000. Also wir haben jetzt schon eine halbe Mille. Ich spiele seit 15 Minuten und musste ja erst noch rumkusen auf den Planeten fliegen und wir hatten ein Problem. Also ich finde das schon eine gute Einkommensmöglichkeit, um da einfach wirklich schnell in Kohle zu kommen. Und ich gucke jetzt noch mal ganz kurz und werde mit Viereck hier noch mal ganz kurz versuchen zu looten, weil manchmal sieht man nämlich die Larvenkerne gar nicht, die dann zuvor runtergerollt sind. Und dann kann man sie aber trotzdem noch looten. Alles habe ich nicht geöffnet, leider. Macht nichts. Ja, und das werde ich machen. Also das Coole ist halt, ihr könnt halt ja natürlich auch, ihr müsst nicht gleich ein verlassenes Gebäude komplett abfarmen. Also wenn ihr jetzt eben gesagt habt, ich habe jetzt nicht allzu viel Zeit, würdet ihr ein bisschen farmen, dann könnt ihr ein bisschen Larvenkerne farmen. Speichert, indem ihr aus dem Schiff aussteigt oder ihr geht halt eben in... Geht zu dem Speicherpunkt, der bei jedem der Gebäude vorhanden ist. Und speichert da ab und wenn ihr dann wiederkommt, farmt ihr einfach ein bisschen weiter und bewegt euch dann weiter. Ich meine, ich habe jetzt echt 3,1 Millionen. Das ist echt super, weil ich bin mir sicher, dass ich zumindest ein paar der Schiffe, die ich mir wünsche, kaufen kann. Wenn sie dann halt eben bei den Raumstationen oder bei den Handelsposten ankommen. Und hier gab es auch auf den Planeten Handelsposten. Werde ich mal gucken, ob ich da dann nicht sogar hinfliege und mir das Ganze gebe. Und wenn ihr keinen Blitzwerfer habt, würde ich euch sogar anraten, eben den Minenlaser wegzulassen. Euch gar nicht den Beat zu geben. Da mit dem Minenlaser ewig zu kämpfen und dann halt auch ständig den Minenlaser neu aufladen zu müssen. Das kostet euch ja dann auch wieder Zeit. Und ihr müsst dann irgendwie vor erfahren und so Geschichten. Sondern ihr könnt ja auch hingehen und euch dann halt einfach in die Gebäude bewegen. Also man sieht ja, irgendwann verschwinden sie halt schon. Aber es ist halt ein bisschen langsamer, als wenn ihr die halt mit dem Blitzwerfer oder Impulskanonen oder sowas erledigt. So. Ich würde mir echt wünschen, dass man die Larvenkerne sieht. Weil zwar es wieder so ist, ist ja wieder am Boden verschwunden. Macht nichts. Ich schaue trotzdem diesen Units nicht ins Maul. Das ist auf jeden Fall eine praktische Sache. Die Wächter nerven mich. Und ich werde den jetzt mal erlegen. Weil ich ohnehin auch eine Mission habe, in der ich, ich glaube, vier Wächter insgesamt erledigen muss. Und ich glaube, ich habe schon drei erledigt. Deswegen macht es eh Sinn. Alarm wird eh ausgelöst. Jetzt haben wir Stufe 2. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall ins Gebäude gehen. Und, ähm, ja. Ich denke, das Prinzip ist klar. Ich fasse nochmal zusammen. Am besten habt ihr eben schon einen Blitzwerfer oder eine Impulskanone. Irgendeine Waffe, mit der ihr eben auch schön Schaden machen könnt. Fernab von Minenlaser. Und, ähm, bewegt euch auf einem Planeten. Scannt ganz normal mit eurem Schiff. Und sucht nach verlassenen Gebäuden. Wenn ihr eins gefunden habt, fliegt ihr am besten so nah wie möglich an das Gebäude ran. Landet dort. Öffnet, äh, einsummendes Ei. Bis es, äh, fast kaputt ist. Und schießt dann auf das andere, öffnet das zweite Ei, öffnet dann auch das erste Ei, dass ihr gleich zwei Larvenkerne habt. In der Regel, ähm, könnt ihr die dann schnell abfarmen. Bewegt euch dann aber sofort auf euer Schiff. Und beschießt dann die Monstrositäten. Erledigt diese Monstrositäten. Oder aber alternativ geht ihr halt eben in das Gebäude. Und, äh, wartet, bis die Monstrositäten verschwunden sind. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Äh, ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Weg, um relativ einfach an viele Units zu kommen. Gleichzeitig aber trotzdem auch, ähm, äh, nicht unbedingt, äh, eine einseitige, äh, Abfahren-Geschichte zu haben. Sondern ihr habt zumindest was zu tun. Es ist schon ein bisschen spannend, weil diese Monstrositäten, äh, sind nicht zu unterschätzen. Und ihr könnt, äh, eben habt auch ein bisschen Action gleichzeitig. Und, ähm, ab und zu droppen die ja auch was. Also, wenn ihr die erledigt kriegt, ihr ja zusätzlich auch nochmal Zeugs. Und, äh, von daher finde ich das sehr lohnenswert. Zumal es, äh, überall eigentlich auch verlassene Gebäude gibt. Und, äh, das geht natürlich relativ schnell. Ist vielleicht sogar schneller als die Methode, wenn es jetzt euch darum geht, ein Schiff zu suchen. Eben die Methode, die ich euch genannt hatte, äh, über Navigations, ähm, Signalen, äh, die dann in den Signalbooster zu ballern. Beziehungsweise dann halt eben, äh, Signalstationen zu suchen. Die dann doch eher seltener, äh, vorkommen. Um, äh, da halt nach, äh, Notfallfrequenzen zu scannen. Die dann wieder abzusuchen. Und dann zu hoffen, äh, dass, ähm, da auch das Schiff dabei ist, das ihr gerne haben wollt. Und, äh, ja, so kommt ihr auch an genügend Kohle. Und hab dann die Möglichkeit eben diese Kohle so oder so umzusetzen. Hab gleich harte Units. Win-Win-Situation. Ja. Ich vergnüge mich jetzt hier noch ein bisschen mit den Monstrositäten. Werde noch weiterhin, äh, die Larvenkerne hier abfarmen. Und, äh, ja, dann werde ich, äh, mir meine Units, äh, abholen. Und auf einer Raumstation hoffen. Und, äh, schauen, dass ich da ein schönes Schiff bekomme. Danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, die Tipps haben euch weitergeholfen. Bis zur nächsten Runde. No Man Sky 07. Meine Piloten und Pilotinnen. Alles.